In diesem Video geben wir euch Tipps für den Filterwechsel der BORA Pure Kochfeldabzüge. Und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, damit ihr jetzt natürlich auch viel und lange Freude habt mit eurem Kochfeldabzug von BORA, zeigen wir euch, was bei der Bio-Serie, bei dem Filterwechsel zu beachten ist, beziehungsweise geben euch hier den einen oder anderen Tipp. Ja, das erste ist natürlich hier der Metallfettfilter. Dazu nehme ich die Einströmdüse ab und dann habe ich hier schon den Metallfettfilter, der natürlich auch recht eng gewebt ist. Die Kochfelder haben ja bekanntlich einen Fettabscheidegrad A. Das liegt unter anderem an dem sehr guten Metallfettfilter. Und ich empfehle euch aus hygienischen Gründen, diesen Metallfettfilter nach jedem Kochen zu entnehmen, in die Spülmaschine zu packen und diesen zu reinigen. Wenn der Metallfettfilter in der Spülmaschine ist, hat das natürlich den Nachteil, dass ihr das Kochfeld jetzt an der Stelle nicht mehr benutzen könnt. Deshalb hier der Tipp, die Empfehlung, kauft, wenn ihr das Kochfeld bestellt, gleich einen zweiten Metallfettfilter mit, damit ihr immer das Wechsel habt und euer Kochfeld immer einsatzbereit ist. Die regelmäßige Reinigung des Metallfettfilters hat natürlich auch den Vorteil, dass das Fett, wenn der Filter gleich gereinigt wird, das Fett nicht harzen kann und somit euer Metallfettfilter nicht zugesetzt wird. Jetzt haben wir den Metallfettfilter schon entfernt. Dann kommen wir jetzt bei der Umluftvariante noch zum Austausch des Aktivkohlefilters. Und dazu nehmen wir die Filterwechselkappe ab und ziehen einfach unseren Aktivkohlefilter hier aus dem System heraus. Der Aktivkohlefilter hat oder die Empfehlung des Herstellers ist, diesen aller zwölf Monate zu tauschen. Euer Kochfeld hat aber auch eine integrierte Anzeige, einen integrierten Zähler. Der ist ausgelegt auf insgesamt 150 Betriebsstunden. Und wenn diese um sind, zeigt euer Kochfeld ein F im Display für den Filterwechsel. Dann haben wir unseren neuen Filter, den aus der Verpackung rausnehmen. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet. Der Aufdruck, das er nach oben zeigt, steht auch direkt oben drauf. Denn hier ist ein Saucher-Ionentauscher eingefügt. Und damit das alles richtig funktioniert, muss das Ganze natürlich auch oben stehen. So, dann Abdeckung wieder einfügen. Dann kommt der Metallfettfilter rein, die Einströmdüse. Und wir sind noch nicht fertig. Denn jetzt dürft ihr natürlich auch noch aus eurer Anzeige das F entfernen. Ja, und wie entfernt man das F? Ganz einfach. Ihr drückt etwas länger auf das F, um in das Menü zu gelangen. Jetzt sind wir im Menü. Und wo vorher das F gestanden hat, steht jeweils eine Ziffer. Und wir gehen in den Menüpunkt Nummer 3. Und jetzt können wir, die Anzeige ist ganz unten und über das Lüfterrad können wir die Anzeige wieder nach ganz oben bewegen. Und hier die Filterkapazität 100% einstellen. Ja, und jetzt sind wir fertig. Und jetzt kann es mit sauberer Luft in der Küche weitergehen. Ja, und während wir uns mit dem Kochen beschäftigen, könnt ihr euch weitere interessante Videos anschauen. Die verlinken wir euch. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Guts von Küchenlogo. Und dann sehen wir uns immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Bis zum nächsten Mal.